Wir leben in einer merkwürdigen Welt, in der Kinder ihre eigene Ausbildung opfern müssen, um gegen die Zerstörung ihrer Zukunft zu protestieren. Wir leben in einer merkwürdigen Welt, in der mein Name wichtiger ist als meine Botschaft. Wir leben in einer merkwürdigen Welt. Aber das ist die Welt, die mir nun bleibt. Die einzige, die ich habe.